Hallo meine Freunde, willkommen zurück zum nächsten Video und heute möchten wir uns ein bisschen genauer Queen Funnel oder allgemein den Funnel anschauen und was genau das eigentlich ist, kann ich euch ganz kurz erklären. Und zwar, Funnel bedeutet so viel, ihr müsst eure Truppen ja, das heißt den Trupp, den ihr haben möchtet oder wo ihr möchtet, dass er in die Base reinläuft, den müsst ihr irgendwie lenken. Normalerweise funktioniert es nicht einfach so, die Truppen zu setzen und darauf zu hoffen, dass sie in die Base reinlaufen. Ihr braucht sogenannte Flankentruppen, eben damit euer Hauptpush, ob es ein Queen Walk, Queen Charge oder Killsfall oder was auch immer ist, irgendwie müssen eure Truppen normalerweise in die Base reingelangen. Dann möchtet ihr natürlich nicht, dass irgendwie eure Truppen nach rechts, nach links und was weiß ich abhauen, sondern ihr möchtet, dass sie wirklich schön in die Mitte reingehen, um dort möglichst viel rauszubekommen. Wie genau stellt ihr das an? Welche Truppen solltet ihr Ausnahme benutzen? Und vor allem, wie passieren euch am besten keine Fehler mehr in diesem Bereich? Das genau möchten wir uns heute anschauen und da ist allererste Lektion mehr oder weniger gesagt, fast jede Truppe eignet sich außen, um zu funneln. Das ist dann auch später das Wort, was ich bis jetzt oder weiterhin benutzen werde, funneln. Dementsprechend, ich hoffe, dass ihr ab jetzt wisst, was damit gemeint ist. Wir schauen uns jetzt einige Angriffe an, immer mit einem besonderen Augenmerk auf den Anfang und werden uns dann einfach den Rest des Angriffs in doppelter Geschwindigkeit anschauen, weil darauf nicht wirklich der Fokus dieses Videos liegt. Es geht nicht darum, von wegen diesem Video zu erklären, was genau ihr rausbekommen müsst, sondern es geht in diesem Video echt nur darum, wie ihr eure Truppen richtig in die Base reinbekommt und was ihr dafür benutzen müsst. Und dafür fangen wir direkt von Anfang an an. Das heißt, beispielsweise in diesem Angriff, haben wir einen Queen Charge Angriff, das heißt, wir möchten mit der Ramme unsere Queen hier in dieses große Compartment reinbekommen. Das heißt, wir haben zwei Problemzonen, einmal diese hier und dann einmal die andere hier direkt daneben. So, jetzt natürlich die Möglichkeit, erstmal natürlich strategieabhängig, aber normalerweise einfach erstmal durchgegangen, was wir so für Möglichkeiten haben, wenn es ums Funneln geht. Die erste Möglichkeit ist normalerweise der König. Das ist mit Abstand die sicherste Möglichkeit. Das heißt, wann immer ihr eine Seite habt, wo ihr euch nicht sicher seid, ob die Truppe stark genug ist, setzt den König ein, wenn ihr denn den Über habt. Das heißt, in diesem Fall beispielsweise könnten wir den König einfach hier mit dazu setzen, denn er sollte diese Seite komplett wegbekommen, was am Ende dafür, oder was am Ende heißt, mehr oder weniger, dass diese Seite weg ist und die Königin also dort nicht hingezogen wird. Dann natürlich die andere Seite. Was genau machen wir auf der anderen Seite? Und dort ist es dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Wir werden uns anschauen, gleich was er gemacht hat, beziehungsweise ich werde davor mal ganz kurz sagen, was das Beste gewesen wäre, denn er hat nicht das Optimale gemacht. Und dort geht es darum, dann nämlich zum Beispiel die Reichweiten und die Eigenschaften der Verteidigung zu kennen. Was er sich hier dabei gedacht hat ist, okay, hier ist nur der Warden, das heißt, dieses Goldlager muss weg. Wir schauen es uns natürlich jetzt mal kurz an. Bogner wollte er rein, er wollte hier sozusagen einmal aufbrechen und hier einmal aufbrechen. Das heißt, welche genauen Gebäude müssen weg? Denn wenn wir unsere Königin hier setzen, das heißt, das Q steht jetzt für Queen in diesem Fall, das heißt, wir setzen sie hier, das heißt, dieses Gebäude muss weg, dieses Gebäude muss weg, dieses Gebäude muss weg, dieses Gebäude muss weg und einfach nur, um sicherzustellen, dass die Queen am besten nicht irgendwie nach außen abhaut oder sowas, diese vier Gebäude müssen auf jeden Fall auf dieser Seite weg. Währenddessen auf der anderen Seite haben wir hier eine natürliche Lücke. Das heißt, mit dieser Lücke erleichtert uns das Ganze um einiges. Dadurch müssen echt nur diese beiden Gebäude eigentlich weg. Beim Fangen geht es immer darum, mehr oder weniger möglichst billig das Ganze zu machen, denn je mehr ihr da rein investiert, desto weniger habt ihr für eure spätere Armee dann übrig. Das ist, denke ich, recht logisch. Das heißt, was ist also hier die beste Option? Durch die beiden Dekorationen hier wissen wir zum Beispiel, dass dort schon mal keine Tests entstehen können. Das heißt, es ist schon mal eine super wichtige Information, extrem schlecht vom Baseball gemacht. Es stellt eure Dekoration, falls ihr sie gerne benutzen möchtet, irgendwo ganz, ganz hin, wo es echt komplett irrelevant ist. Denn diese Dekorationen geben uns als Angreifer die Information, da kann nichts stehen. Jetzt natürlich die nächste Information sozusagen. Wir müssen uns die Reichweiten anschauen. Das heißt zum Beispiel, eine Kanone hat insgesamt neun Felder als Reichweite. Das bedeutet, wenn insgesamt sechs Felder vor ihr etwas steht, das heißt zum Beispiel eins, zwei, drei, wir machen das mit einer Farbe, um es besser sichtbar zu haben hier, das heißt wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Felder und da steht sozusagen dann das Gebäude. Das heißt, wir können hier ein Magier hinsetzen, ohne dass die Kanone den erreicht. Ein Bogenschützentrum hingegen hat zehn Felder. Das heißt, da funktioniert das nicht. Da muss ein Feld mehr sein. Das heißt, dieses Goldlager müsste ein Feld weiter rausgerückt sein, wenn das hier ein Bogenschützentrum wäre. Es ist aber eine Kanone. Das heißt, hier würde an sich einfach, wenn man es möglichst billig haben möchte und trotzdem relativ schnell fertig haben möchte, wäre ein Magier oder wahrscheinlich hier noch ein zweiter Magier die beste Option gewesen und vor allem auch die sicherste. Das heißt, was haben wir gelernt? Was brauchen wir hier? Was muss alles weg? Das heißt, diese vier Gebäude, diese Goldmine und dieses Goldlager. Das bedeutet nämlich für unsere Queen, welche Gebäude wird sie angreifen? Sie wird als allererstes auf die Goldmine gehen, dann auf den Minenwerfer, wenn wir sie dazwischen setzen. Das heißt, sozusagen hier. Kann jetzt auch sein, dass es genau andersrum ist. Danach würde sie auf entweder das Goldlager oder auf die Luftabwehr gehen. Auch wieder ein bisschen darauf angewiesen, wie wir sie genau setzen. Und danach hat sie zwei Optionen. Entweder sie wird ein bisschen reingezogen von gegebenenfalls Skelettfallen oder ähnlichem oder sie geht hier auf die Kanone oder sie geht nach außen weg, sozusagen hier auf den Magierturm. Dadurch, dass wir aber außen alles weggefandelt haben, das heißt nämlich hier diesen kompletten Bereich hier, das heißt, hier kann auch kein Tester oder ähnliches hochkommen, wird die Queen auf jeden Fall danach wieder reingehen. Das heißt, wir haben unseren Job getan und wir schauen uns natürlich an, wie Warsmit das hier gemacht hat und lernen dann sozusagen daraus. Und keine Angst, wir haben noch jede Menge Angehörer dazu. Das Video wird ein bisschen länger, denn es ist wieder einer der Guides, die ihr... Das ist vollkommen egal. Das hier ist auf... Das hätte ich wahrscheinlich am Anfang nochmal sagen sollen, aber das hier ist zwar Rathaus 12, aber dieses Funnel ist für jede Rathausstufe gleich, das heißt Rathaus... Was heißt jede Rathausstufe? 9 und höher. Das heißt, für 9 und höher ist dieser Taktikguide also komplett immer gleich. Ihr habt dort hauptsächlich die gleichen Truppen, ihr habt fast auf jeder Rathausstufe einen Pekka, ihr habt... Oder ihr habt auf allen Rathausstufen einen Pekka, was das angeht. Das Einzige, was so ein Unterschied ist, ihr habt keinen Warden auf allen Rathausstufen und ihr habt keinen Lektor auf allen Stufen. Auf beides gehe ich in diesem Video nicht unbedingt ein, weil das eher seltener erfolgreich ist, diese beiden Funnel-Methoden. Auf alles, was wir hier eingehen, das habt ihr auf allen Rathausstufen, das heißt für alles, für alle Rathausstufen ist dieser Guide mehr oder weniger aktuell. So, schauen wir es uns also an. Was er jetzt hier macht im unteren Bereich ist, er hat einen Test-Loonen gesetzt und einen Babydrachen. Durch den Luftfeger, den er nicht gesehen hat, wird der Babydrache sogar noch ein bisschen in die Warden-Fähigkeit rein, oder in die Warden reingeschoben, wodurch das hier am Ende nicht wirklich gut funktioniert. Jetzt setzt er den Magier und sieht dabei, okay, gut, das Magier hätte ich von Anfang an setzen können. Jetzt kommt die Ramme, König hat oben fast alles weg, die Ramme kommt jetzt, macht hier auf, setzt gleich noch einen weiteren Magier mit hin, sozusagen ein bisschen verzögert. Die Queen macht genau in der Reihenfolge die Sachen, wie wir sie vorher gesehen haben, geht dann jetzt rein auf die Kanone, wird dann ein bisschen nach außen gezogen zum Magierturm hier gleich. Dadurch, dass hier aber diese Lücke ist, geht sie danach rein zur Gegnerschenklamrock. Wir setzen die Heiler schön verzögert, sodass sie auf unsere Königin gehen und damit haben wir den Funnel abgeschlossen. Queen ist wunderbar drin in der Base und kann jetzt ihre Arbeit verrichten. So funnelt man den Queen Charge rein. In diesem Fall, wie gesagt, hätte er es ein bisschen billiger machen können. Anstatt 15 Truppenplatz, hätte er einfach nur 4 Magier oder 8 nehmen können, wenn er 2 Magier genutzt hätte. Aber ansonsten, genau so geht es mit dem Funnel und wir schauen uns jetzt den Rest des Angriffsrandschutz an, damit ich hier nicht in der Mitte stehen gelassen werde, sozusagen. Queen jumped jetzt in der Mitte, bekommt super, also wirklich fast, die Queen bekommt fast die gesamte Base eigentlich hier raus. Nächster Wutzauber, ihr seht, an sich die Hawks müssen gar nichts mehr machen, so ungefähr. Gehen jetzt hier überall durch, er hat immer noch einen weiteren Heilsauber, den er jetzt hier gleich Richtung Kanonen setzen kann, wenn er möchte, was er am Ende nicht unbedingt braucht und damit sind jetzt hier 3 Sterne. Das ist der erste Angriff gewesen, wir haben aber keine Angst, wir haben auch jede Menge Angriffe, die wir uns anschauen möchten. Der nächste Angriff geht dann auf die 15 und wir haben später auch noch Angriffe, die nicht nur um Queen Charge gehen, sondern auch um beispielsweise sowas wie, 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 Killsquats und so weiter und so fort. Das heißt, das, was man eher auf Rathaus 9 häufiger benutzt. So, bei dem Angriff, wie gesagt, wir denken uns nicht aus, was ist die beste Strategie auf diese Base, es geht nur darum, wie man unseren Entry, den der Angreifer macht, am besten funneln kann. So, nächster Angriff und was er möchte, er möchte mit der Ramme hier reingehen und was machen, wir müssen hier die beiden Flanken funneln, das heißt, sozusagen mal hier und einmal hier die beiden Problemzonen und dementsprechend dann am Ende, ja, gucken, wie wir das machen. Also, wie genau starten wir diese ganze Prozedere hier? Was wir machen können, damit unsere Königin nicht die ganze Zeit hin und her gezogen ist, ist sozusagen an einen der beiden Flanken zu beginnen. Das heißt, sozusagen, wir laufen von der Flanke zu unserem Anfangspunkt hin, um dann sozusagen einen besseren Eingang zu haben. Jetzt natürlich die Überlegung, auf welcher Seite machen wir das Ganze und wieso. Auf der unteren Seite ist es an sich recht einfach, allerdings ist dieser Magierturm hier relativ nervig und es wird relativ schwierig, den auch dort reinzubekommen, was auch immer wir dort benutzen, zum Beispiel König oder ähnliches. Das heißt, die untere Seite, ich weiß nicht, bin ich nicht so der Fan davon, weil auf der anderen Seite steht der Magierturm ein weiter vorne, ein Feld weiter vorne. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Truppe sozusagen hier zigzag-mäßig rauf geht, ist wesentlich höher und dementsprechend ist die obere Seite angenehmer zum Funneln. Klar, wir haben die Königin dahinter, aber wenn wir es dort richtig timen, können wir sich den König dafür benutzen. Das heißt, das ist die teurere Variante beziehungsweise das ist die teuerste Seite, das heißt, dafür benutzen wir den König. Wie gesagt, den König haben wir normalerweise immer zum Funneln, außer gegebenenfalls bei meiner, aber meiner ist noch ein besonderer Fall, aber wir haben normalerweise, wie gesagt, immer eine teure Seite und eine nicht so teure Seite. In diesem Fall, das ist die teure Seite. Wir setzen den König also sozusagen auf diesen Elixiersammler und jetzt müssen wir gucken, wie der König sich danach bewegt. Wenn wir ihn auf diesen Elixiersammler setzen oder wir können mal beide Möglichkeiten durchgehen. Wenn wir ihn auf diesen Elixiersammler setzen, läuft er danach hier weiter, dann müsste er hier weiter hingehen auf diese Ecke und dann müsste er an sich von der Königin zur Mauer gezogen werden beziehungsweise zum Magerturm. Gehen wir die andere Möglichkeit durch, die wir hier haben, nämlich auf diesen Elixiersammler, geht er danach hier hin und ist dann sozusagen eher zentraler und kann also eher zu diesem Elixiersammler gehen. Es ist super wichtig, wie ihr eure feinderten Truppen setzt. Von daher, in diesem Fall ist es auf jeden Fall besserer, diese Zickzack-Methode zu gehen als die andere. Das heißt aber, diese Seite hier haben wir gefundelt. Das ist sozusagen an sich erstmal schon mal gebongt. Wie machen wir das mit der Königin? Wir setzen unsere Königin ungefähr hier, das heißt, die geht als allererstes hier drauf, als zweites nimmt sie Goldmine raus, dann sollte sie ungefähr auf den Magerturm gehen, auf den Minenwerfer und dann auf das dunkle Lager und sollte ungefähr hier stehen. Dadurch, dass wir die obere Seite gefundelt haben und sozusagen das hier alles alles raus ist, kann die Königin von diesem Punkt hier aus an sich nur noch nach oben zu der anderen Goldmine gehen. Die müssen wir allerdings stehen lassen. Das heißt, diese Goldmine dürfen wir am besten nicht anfassen, sodass eben unsere Königin etwas hat, wodurch sie nach oben gezogen wird. Wenn wir diese Goldmine stehen gelassen haben, wird sie also nach oben gezogen, dann können wir unsere Rahmen sozusagen setzen, die hier einmal durch die Mitte durchgeht und einfach um sicher zu gehen, dass unsere Königin nicht nach außen weg geht, haben wir einige Optionen jetzt mehr oder weniger. Die sicherste Methode und die ich häufig gerne präferiere, weil es ist einfach die sicherste und normalerweise braucht man diese Truppenplätze nicht unbedingt, aber man kann hier an sich die erste und das ist die riskantere und billigere Methode, man kann hier mit dem Babydrache und Loon arbeiten, gleichzeitig kann man hier aber auch einfach einen Packer draufschicken, der dann sozusagen ein bisschen weiterkommt und das Ganze einfach noch sicherer macht. Das ist normalerweise auch die Version, die ich einfach präferiere, einfach da ist man wenige Überraschungen anfällig sage ich mal, aber das ist an sich auch schon wieder der Funnel, wie wir den hier jetzt machen müssen und auch machen werden. Wir schauen uns das Ganze jetzt an und wie das funktioniert und ich hoffe, dass ich es einigermaßen erklären konnte jeweils, wieso man das so macht. So, das heißt, wir starten gleich mit dem König, jede Sekunde und jetzt. Er macht es sogar so, er macht die riskantere Weise, hat aber hier Glück, dass ein Tesla aufploppt. Wir sehen, er ist jetzt ein bisschen zentraler, die Königin zieht ihn jetzt natürlich auch noch an die Mauer ran, von daher war es am Ende wahrscheinlich hier egal. Währenddessen sehen wir die Königin schon, hat genau das gemacht, was wir sozusagen vorher gesagt haben. Sie steht jetzt ungefähr hier, greift das dunkle Lage an und dadurch, dass der König jetzt sozusagen hier den Magertum rausnimmt rechtzeitig, hat die Königin hier nichts mehr auf diese Seite anzugreifen. Das heißt, dadurch, dass die Goldmine noch steht, muss die Königin jetzt auf diese Goldmine gehen. Das macht sie jetzt auch gleich, genau wunderbar. Wir haben unsere Ramme so gesetzt, dass die Goldmine noch nicht weggegangen ist. Jetzt kommt die Ramme hier rein und jetzt müssen wir unseren nächsten Fallen machen, das machen wir mit einem Pekka einfach sicherheitshalber hier unten rum. Dadurch kann die Königin uns dann nicht nach außen abhauen. Die Ramme macht hier auf, das heißt, hier unten stehen keine Gebäude mehr aus, das heißt, die Queen kann dort nicht draufgehen, also hier steht nichts mehr. Das heißt, unsere Königin muss jetzt hier reingehen, Richtung Goldlager und Co. Und damit haben wir unseren Fallen geschafft. Den Rest schauen wir uns jeweils wieder in 4er Geschwindigkeit an. Einfach, hoppala, einfach, dass wir den neigsten Angriff uns hier noch anschauen können von Finn und ja, frostet jetzt hier alles. Queen erreicht so ziemlich sehr, sehr viel aus diesem Compartment, auch wenn sie sich denkt, wieso zum Teufel geht sie doch auf die Mauer und geht dann danach hier, egal, Königin, die macht manchmal solche Sachen. Also, da natürlich hier die Hawks wunderbar mit der Warden-Fähigkeit supportet und Königin währenddessen macht ihr ihr Ding sozusagen hier noch und damit sind das am Ende hier sogar 3 Sterne. restliche Loons können das hier rausnehmen. Königin haut sich jetzt durch die nächste Mauer durch und räumt den Rest dann von innen weg. Damit haben wir den nächsten Angel hinter uns und wir schauen uns natürlich noch ein, zwei weitere an, weil wie gesagt, wir wollen natürlich noch weiter jetzt hier lernen und jetzt kommen wir noch zu einer nächsten Möglichkeit, nämlich noch einen teureren Funnel und das ist wirklich dann, wenn zum Beispiel so gar keine Lücken zwischen den Gebäuden ist. Das heißt zum Beispiel in diesem Fall, was man bei diesen Bases normalerweise, hoppala, was man bei diesen Bases normalerweise machen möchte und auch kann es einfach ein Queen sozusagen diese Seite runter und dann einfach hier rein. Queen auf diese Seite runter und dann einfach hier rein. Das sind einfach die sichersten Methoden bei diesen komischen Teaser Bases, die ich hoffe inzwischen jeder irgendwie trippeln kann. Das Problem allerdings dabei ist das Problemkind. Da haben wir einen Zingelfenaturm und der ist einfach nur super nervig. Das heißt, wir können unsere Königin nicht wirklich hier oben anfangen, weil wenn die hier lang läuft, egal in welche Richtung, hat die ganze Zeit ein Zingelfenaturm drauf. Das heißt, wir brauchen mindestens zwei Frostsabber oder sowas, um da durchzukommen oder sogar die Fähigkeit, was es nicht wirklich attraktiv macht. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen eher hier anzufangen, um diesen Zingelfenaturm aus dem Weg zu gehen. Das heißt, wir fangen sozusagen hier an. Allerdings die Frage, wie genau machen wir das Ganze, dass die Königin nicht nach oben geht. Und da haben wir die nächste Option und das ist nämlich jetzt die, das heißt, in der zweiten Reihe Funnel mehr oder weniger. Das heißt, wir müssen nicht nur aus dem Gebäude wegnehmen, dadurch, dass alles hier so direkt aneinander steht, müssen wir in der zweiten Reihe Funnel. Und das machen wir am allerbesten mit Ballons oder zum Beispiel mit Schweinereitern, kann man das sehr, sehr gut machen. In diesem Fall wurde sich dazu entschieden, das Ganze mit Ballons zu machen. Das heißt, man hat hier unten einen Haste-Zauber mit dabei und möchte jetzt sozusagen diese zweite Reihe Funneln. Das heißt, in unserem Fall, wir setzen einfach den Haste-Zauber, setzen Ballons drauf und damit ist der Bogenschützentum weg. Wir können sozusagen dann hier die Goldmine wegnehmen und das heißt, wenn wir dann unsere Königin hier ungefähr starten, wieder bei dem Kuh, dann ist das, Moment, dann ist dieser Bereich ist dann sozusagen weg. Das heißt, dort haben wir eine Lücke und dadurch kann unsere Königin sozusagen erstmal hier, ich zoome am besten dran, ich kann das ein bisschen besser erkennen, so, das heißt, dann haben wir unsere Königin, starten wir dann sozusagen hier. Das Gebäude ist alles, die beiden Gebäude sind auf jeden Fall weg, alles weitere ist ein Boni sozusagen. Unser König greift als allererstes die Goldmine an, dann die Goldmine, geht dann ein bisschen nach oben, also geht dann sozusagen bis an die Mauer ran, greift Kaserne und Kanone an, hierbei die Reihenfolge ist egal. Das Wichtige ist, dass sie danach sozusagen diese Kaserne angreift, dass sie ein bisschen nach unten gezogen wird, weil die Kanone, äh, weil die Kaserne eingerückt ist. Nach oben zieht sie nichts, da ist kein Gebäude mehr. Ähm, dann geht sie zum Labor und dann hier um die Ecke rum. Währenddessen müssen wir natürlich dann auch aufpassen, weil bei diesem Angriff haben wir sozusagen einen doppelten Funnel, denn wir möchten, dass unsere Queen sozusagen dann hier auch wirklich mit der Rame zusammen reingeht. Das heißt, sie müssen hier etwas auf das Goldlager draufpacken und das Armeelager. Das heißt, diese beiden Gebäude müssen auch noch weg. Jetzt die ganzen Überlegungen natürlich, was genau ich jeweils benutzen will. Hier oben haben wir schon gesagt, Magier plus Hacet Ballons sollte das hier an sich rausholen und dann können wir überlegen, was wir hier unten machen. Dort haben wir wieder zwei Optionen, entweder wir schicken den König außenrum oder einen Pekka. Das sind so die besten beiden Möglichkeiten, die wir haben und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an und gucken, wie das funktioniert hat. Und seid auch wirklich nicht so schade, mal solche teureren Funnels zu machen. Manchmal ist es wirklich die bessere Option, wenn der Eingang an sich, also der Anfang für den Angriff an sich einfach das sicherste ist. Normalerweise reichen hier zwei Ballons, aber einfach mal sicher gegangen mit drei. Aber wie gesagt, normalerweise reichen lockerflockig zwei Ballons. In diesem Fall haben wir so viel wegbekommen. Das heißt, sie haben sogar noch mehr wegbekommen als eigentlich gedacht. Haben jetzt oben Minion gesetzt. Da wäre Magier auch wahrscheinlich gegangen. Müssten jetzt noch ein bisschen warten und dann kommen wir jetzt gleich mit der Königin mit dazu. Können wir wieder doppelte Geschwindigkeit machen. Königin wird jetzt hier mit dazu gesetzt. Die arbeitet sich jetzt langsam runter. Eismager mit dazu, Rammel mit dazu. Und wir haben hier unten den wichtigen Packer mit noch einigen Bowlern. Einfach, dass unsere Königin jetzt hier auch reingeht, weil ansonsten ist das Ganze ein bisschen spaßlos. Und dann haben wir hier die ganzen Bowler, die hier in die Base reingehen. Das Ganze wäre jetzt eine vielfache Geschwindigkeit. Und Rammel hat bis zum Rathaus überlebt, hat alles hier aufgemacht. Und damit ist diese Base komplett gerackt. Sehr, sehr nice. Mit dem Jumpzauber hinten wieder raus. Und ja, die ganzen Bowler unten rum werden wieder hochgeheilt von unseren Heilern. Währenddessen die Königin jetzt ein bisschen vorläuft. Und ja, komplette Overcure auf diese Base. Genauso legt man solche Bases. Wunderbar mit dem Funnel gearbeitet. Und ja, der nächste Triple dann. Und die nächste Methode zu Funneln. Und zwar nämlich bei mehr oder weniger Stellen, wo Gebäude sehr, sehr dicht aneinander stehen. Einfach mal die zweite Reihe Funneln, was wir bisher noch nicht so wirklich gemacht haben. Jetzt kommen wir zu den Angriffen, die ein bisschen anders sind. Denn es ist kein Queen Charge mehr. Sondern jetzt zum Beispiel als Kill Squad. Auch hier wieder an dieser Stelle. Klar, wir haben die Ramme mit dabei. Das Ganze geht auch mit Mauerbrechern. Und wir möchten uns jeweils wirklich auf den Fangen konzentrieren. Das heißt, auch immer noch für Rathos 9 relevant. Das heißt, Rathos 9, 10, 11 und 12. Überall könnt ihr diese Methoden anwenden. Das nächste, was wir jetzt nämlich haben, und ich muss zugeben, diese wahrscheinlich diese eine Methode geht nicht für Rathos 9, das ist nämlich ein Bowler. Schauen wir uns erstmal an, wo er am Ende rein möchte. Und das ist nämlich dann diese Seite hier. Hier möchte er rein mit seiner Ramme. Er möchte beiden Helden mit reinschicken. Einfach, dass er mehr Power bekommt. Was genau muss er also machen, um hier möglichst billig an den Flanken davon zu kommen, mehr oder weniger. Das heißt, das Erste, was er machen kann, ist ein Bowler bei uns. Sobald Gebäude zwei Felder auseinanderstehen und das Erste Gebäude mehr leben als das Zweite hat, könnt ihr einen Bowler setzen. Das Wichtige dabei ist, es ist außerhalb der Reichweite von allem und damit ein Riesen-Base-Auf-Jeder, weil das sollte euch nicht passieren. Falls ihr so etwas habt, dann stellt euch eine Zauberspruch-Fabrik davor, denn da die Zauberspruch-Fabrik hat weniger Leben als ein Minenwerfer und damit funktioniert das Ganze nicht mehr. Von daher, einer der Tricks sozusagen, wenn es um Spaceball geht, aber das hier auf jeden Fall könnt ihr mal wieder aussetzen. Das sieht man immer wieder, dass Leute solche Fehler machen. Passiert nun mal einfach. Auf der anderen Seite können wir uns auch hier die Reichweite anschauen. Wir können, dadurch, dass es ein Kill-Code ist, das Ganze ein bisschen vereinfachen. Das heißt, wir können in diesem Fall einfach mit der Ramme anfangen zu tanken und dann hier einfach außen Magier mit dazu schicken, um dort die Gebäude rauszubekommen und damit sicherzustellen, dass unsere Truppen reinlaufen. Nachdem wir diese beiden Gebäude hier raus haben, können wir den König hier draufsetzen und dadurch, dass hier an sich nichts mehr ist, falls hier noch was sein sollte, müssen wir so etwas wie Schweinereiter oder Ähnliches mit dazu setzen. Wir haben 40 insgesamt mit dabei. Das heißt, wenn wir dort ein paar Schweinereiter opfern müssen, falls dort Hässler stehen, können wir das machen. Das ist gar kein Problem. Aber wenn dort nichts mehr steht, dann können wir unseren König hier draufsetzen sozusagen. Der läuft dann hier zum nächsten Gebäude, währenddessen hier noch ein Magier mit dazu kommt. Und damit können wir die Königin einfach hier direkt mit dahinter setzen. Die fangen sich da sozusagen selber rein und damit sollte das am Anfang hier wunderbar funktionieren. Das Ganze schauen wir uns jetzt wieder an. Wieder viermal Geschwindigkeit beziehungsweise den Anfang hier auf jeden Fall erst mal ein bisschen langsamer, weil wir uns das natürlich anschauen möchten. Den Bowler wunderbar gesetzt. Ihr seht, der Bowler bei uns funktioniert wunderbar. Oben entscheidet er sich dafür, einfach einen Packer zu benutzen, weil er sich nicht sicher ist, ob hier Testen sind. Es ist jetzt die sehr, sehr teure, aber trotzdem sichere Variante. Am Ende sind dort keine Testen, das heißt, der König kann gesetzt werden und die Ramme kommt dann auch gleich mit hinterher, nämlich jetzt. Und ja, nächster Magier, wie gesagt, einfach um die Goldmine rauszubekommen. Alle Truppen können jetzt hier wunderbar reingehen. Es gibt keine Gebäude hier irgendwo an den Flanken, wo sie abhauen könnten. Das heißt, wunderbar jetzt hier in die Base rein. Die Ramme hat die beiden Mauern aufbekommen, was das Wichtige ist. Die Truppen tanken jetzt für die eigene Königin, sodass er das Rathaus rausbekommt. Und damit ist sein Job getan. Die Königin zieht jetzt noch ein bisschen nach außen weg. Ist aber kein Problem wirklich. Holst noch den X-Bogen raus, wird dann langsamer ständig Richtung Rathaus gehen, nämlich jetzt. Nimmt jetzt hier noch die Skellis raus und damit ist das Rathaus in Sichtweite. Kann jetzt noch die Königin zünden und damit sind das hier die erfolgreichen, hoffentlich drei Sterne, aber erfolgreiche Entry erstmal. Und jetzt schauen wir uns hier den ganzen Schweinreit an, die hier ins Dorf reinkommen. Mehr ist Schweinreit aktuell super, super stark, aber auch hier in vielfacher Geschwindigkeit. Sehr, sehr viel Wuseln unterwegs, aber ja, kann man aktuell auf jeden Fall so machen. Wunderbar mit den Skelettsaubern hier in der Mitte die Königin rausgenommen und damit sind das hier wieder drei Sterne und ich hoffe, dass ihr wieder ein bisschen was gelernt habt, was den Anfangspart angeht. Einen Angriff habe ich jetzt aber noch. Einen Angriff haben wir noch und den schauen wir uns dann natürlich auch noch an und das ist dann jetzt auf die Nummer 9. Gar nicht. Auf die Nummer 18. Ich bin jetzt leicht verwirrt schon. vom Flossi und hier, das ist jetzt wieder ein bisschen mehr tricky und sehr, sehr kreativ Funneln, sagen wir es mal so. Also, schauen wir uns das Ganze an. Was er machen möchte ist, mit seinen beiden Helden hier langlaufen, aufbrechen und dann sozusagen hier rein. Das ist das Ziel. Nochmal ganz kurz darauf hingewiesen, es geht aktuell nicht darum, wie man auf die Pläne kommt, sondern wirklich, wie einfach nur das Funneln erfolgreich funktioniert. Das heißt, was muss er hier rausbekommen? Dieses Goldlager wäre am allernettesten, wenn er es rausbekommt, das wird er aber nicht sicher rausbekommen. Das ist einfach ein großes Problem. Dementsprechend muss er sich was Kreatives überlegen. Das heißt, er muss diese beiden Gebäude rausbekommen, dadurch läuft der König erst mal nach links. Jetzt ist natürlich die Überlegung, wie zum Teufel bekommt er die Königin, dass sie dem König folgt. Die kann ja an sich jederzeit, falls sie Tesseln aufploppen, falls hier das Goldlager irgendwie noch dasteht, kann die Königin jederzeit in die andere Richtung laufen. Was macht er also? Er schickt einfach einige Magier mit hinterher. Das heißt, die Magier, die er am Anfang hier zum Funnel benutzt hat, schickt er oder beschützt er mit seinem König, sodass die hier auf die Kanone gehen. Wir schauen uns die Reichweiten hier an und ihr seht, da schießt nichts auf diese Magier. Das heißt, die Kanone ist draußen. Dadurch, dass sozusagen diese Kanone und diese Gebäude, das heißt alles, was auf der rechten Seite von diesem ganzen gelben Gekritzel ist, ist alles weg. Das heißt, der König kann hier langlaufen, immer den König eingezeichnet und die Königin kann er hier mit dazu setzen. Das heißt, die nimmt dann die Bogenschützentum raus und folgt danach hier oben, weil die Kanone sie nach oben zieht. Dann bricht er hier einfach auf und dadurch geht einfach alles hier rein. Die andere Seite muss er noch nicht mehr funneln, weil die Truppen funneln sich ja von selbst dort rein. Das ist also der Anfang und auch hier wieder an sich relativ billig gearbeitet, nur mit einigen Magiern und schon ist das ganze Ding klar. Man muss hier nicht unbedingt einen Päcker reinpacken oder sowas in der Art. Er hat sie wirklich sehr, sehr clever gemacht und wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier an ohne das Gekritzel drauf. So, gucken, was er genau gemacht hat beziehungsweise wie es am Ende funktioniert hat. Setzt jetzt den König, zwei Magier hinterher. Die beiden Magier gehen jetzt gleich auf die Kanone. Also setzt sogar das Armeelager aus, das heißt, wirklich die riskantere Weise. Aber sobald die Kanone weg ist, kommt seine Königin mit dazu, nämlich Kanone ist weg, die Königin kommt mit dazu und die Königin wird jetzt hier rübergezogen, tankt jetzt hier das Ganze noch ein bisschen, muss er dann wirklich nur noch aufbrechen und damit kommt er hier in die Base rein, bricht jetzt hier auch noch auf und wie ihr seht, er muss hier noch nicht mal das Gebäude wegfunneln, weil das Hauptding ist sozusagen das Königin, dass er an die Königin reingeht und das schafft er hiermit. Der König wäre in dessen Tank immer noch, ist an sich egal, ob in dieser Reihe mehr oder weniger oder in dieser, ist es hier vollkommen egal, deswegen hat er dort keinen Funnel aufgewendet und ja, damit kann er jetzt immer noch seine Königin zünden, bekommt die gegnerische Königin weg und kann dann hier sein Lalo-Part anfangen. Einmal hier kurz die Linie gezogen, das reicht bei dieser Base schon und vom oberen Part noch ein paar Ballons hinterher, alle Ballons werden hier mehr durch die Mitte durchgeprügelt, heilsauber, Tornadofalle macht hier absolut gar nichts und damit der nächste Drei-Sterne-Angriff. Das war dann auch schon der letzte Angriff, den ich euch zeigen möchte und ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen zeigen, wie ihr auf Rathaus 9, 10, 11 und 12 ein bisschen sicherer verhandeln könnt, sodass eure Truppen genau dorthin laufen, wo ihr es hinhaben möchtet. An sich ein bisschen ironisch, weil an sich, wie ich auch finde, das Funnel ist damit abstand das Schwierigste im gesamten Spiel, meiner Meinung nach, ist auch das an sich der Fehler, den ich durch am häufigsten niedrige Prozente oder auch mal keinen Drei-Sterne-Legende bekomme, aber wie gesagt, das ist am Ende eine der hohen Künste in Clash of Clans, das hier so zu beherrschen, dass ihr es möglichst billig, möglichst effektiv und möglichst so hinbekommt, dass es auch funktioniert. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall da, oder Meinung dazu da, ob etwas Neues für euch mit dabei war, ob ihr denkt, dass es euch hilft und ich hoffe, dass es doch auf jeden Fall geholfen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, bis dahin oder hin und tschö tschö.